Hallo, hier ist der Christopher Schwarzbart und ich möchte euch heute mal eine Rarität vorstellen. Das Desert Storm Combat Knife von Almar. Es ist ein Kampfmesser mit Bowie-Klinge. Die Barrierstange besteht aus Messing, der Griff aus gepressten Lederscheiden und der Abschlussknauf aus Edelstahl. Das Messer ist durchgehend und hinten verschraubt. Die Klinge, bestehend aus 440er C-Stahl, ist 197 mm lang und 5 mm stark. Die Grifflänge beträgt 138 mm und das Messer wiegt ohne Scheide 349 g. Zur Scheide. Sie ist sehr gut vernäht, sehr stabil, sehr dick und besteht aus einem rötlich-braunen Leder. Das Messer sitzt mit etwas Spiel in der Scheide, was aber echt nichts macht, weil es ist jetzt Bomben. Und dieses Kampfmesser ist wirklich tadellos. Es wird leider nicht mehr hergestellt und hat deswegen bei einigen Messerfans einen sehr ehonen Sammlerwert. So, das war's. Danke fürs Zusehen und Tschüss. Danke fürs Zusehen und Tschüss.